Nee, guck weg! Ey, Robin, guck mal, da läuft ein übel spezieller Typ rum. Wer ist denn das? Ey, komm, wir gehen da jetzt mal hin. Ey, das ist ja total speziell. Hey, das ist Robin! Ey, wer hätte denn das gedacht? Ey, ey, wow! Ey, Alter! Du siehst ja mal übel speziell aus, Alter! Mach dir lieber mal die Katzenhaare ab, sonst krieg ich einen allergischen Anfall. Du bist schwach!